Guten Morgen, du liebe Seele. Was darf ich dir heute mitteilen? Was könnte hier wichtig für dich sein? Entweder für heute oder für die kommende Zeit. Kommunikation. Großes Glück. Vielleicht aber auch einfach Sonne im Herzen. Ja, du hast Sonne im Herzen, liebe Seele. Und daran kann Kommunikation schuld sein im Endeffekt. Vielleicht gehst du heute mit jemandem ins Gespräch, der dir wichtig ist. Einen Freund, eine Freundin. Oder für jemanden, den du mehr empfindest. Wir werden es gleich sehen. Neun der Stäbe. Ja, es ist so ein bisschen Ängste abbauen. Wieder deinen Visionen folgen. Und rein in die Tatkraft. Konsequent sein. Manchmal auch harte Arbeit. Aber es lohnt sich. Ja, und natürlich möchte Kommunikation auch gelebt werden. Das heißt, wenn jemand mit dir kommunizieren möchte, dann antworte stets ehrlich. Auch wenn du manchmal nicht kommunizieren möchtest. Hier gibt es Chance auf Klärung. Vielleicht ist diese Kommunikation ausschlaggebend, um dir heute den Tag zu versüßen. Vielleicht wird dir aufgrund dieser Kommunikation auch etwas klar. Mit den Pagen der Münzen ist es auch so ein bisschen, dass hier ein Angebot reinkommt. Etwas, was dir dienlich sein kann. Und mit dem Mond geht es darum, deine Sehnsüchte zu ergründen. Also, Kommunikation ist hier heute der Schlüssel zum Erfolg. Also nutze diese Kommunikation auf jeden Fall weise. Ziehe alle Informationen raus, die für dich wichtig sein könnten. Hinterfrage. Und wir haben hier die Waage. Du brauchst nicht immer einen Plan zu haben. Manchmal ist es ausreichend, tief ein- und auszuatmen. Zu vertrauen und alles loszulassen, um zu sehen, was passiert. Lass dich einfach mal treiben. Schönen Samstag. So ein- und ausgetrieben. Und das Ganze geht über. So ein- und ausgetriebenes Stück.